Der Held ist da! Hallo und herzlich willkommen zurück zu Super Smash Bros. Ultimate. Der neue Charakter ist draußen. Ich habe gerade schon eine Runde aufgenommen. OBS hat ein paar Sound-Setups zurückgesetzt. Deswegen hatte ich nicht meinen Commentary, sondern viermal den In-Game-Sound. Klingt super. Von daher habe ich ihn jetzt leider schon ein paar Runden gespielt. Aber wir schauen ihn uns trotzdem an. Und natürlich fangen wir direkt mit einem Mirror Match an. Und ich war kurz verwirrt, wäre ich noch. Ja, der Held ist da. Er hat einige sehr einzigartige Mechaniken. Einerseits natürlich die Mana-Bar. JRPG Classic. Das heißt, wenn wir Spells verwenden, verwenden wir Mana. 100 haben wir. Und sie lädt sich langsam wieder auf. Und ich glaube auch, wenn man einen Gegner trifft, lädt sie sich auf. Wenn man keine Mana hat, kann man keine Spells mehr casten. Und da die Recovery auch ein Spell ist, sollte man sich wahrscheinlich immer etwas Mana übrig lassen. Des Weiteren hat jeder seiner Special Spells, also seiner V-Attacks, seiner Special-Attacks halt, drei Möglichkeiten eingesetzt zu werden. Die Standardmöglichkeit, die halb aufgeladene Möglichkeit und die richtig aufgeladene Möglichkeit. Ich blende euch mal ein, wie groß die Unterschiede sind. Denn vor allem beim Side-Bee sind sie extremst unterschiedlich. Und die Recovery ist halt auch sehr unterschiedlich von der Länge her eigentlich. Und als dritte Sache hat er natürlich noch seinen Down-Bee. Wenn er Down-Bee drückt, kriegt er eine Liste mit vier Random Spells, von denen er sich einen aussuchen kann. An sich eine super coole Mechanik, die sehr viel Abwechslung in das Spiel bringt. Das Problem ist halt, es sind wie gesagt immer Randoms. Und da haben wir übrigens die letzte Mechanik schon gesehen, dazu komme ich gleich. Das sind immer Random-Sachen. Was bedeutet, man kann sich nicht so wirklich drauf einstellen. Und man resetet es, sobald man das schließt oder sich bewegt mit dem Schild. Was das Ganze natürlich sehr fragwürdig macht, weil wie soll ich jetzt gezielt bestimmte Sachen einsetzen, wenn ich gar keine Zeit habe? Wir haben da eine Auswahl aus Recovery, Spells, die debuffen, Spells, die Damage machen und verstärkten Angriff. Also wirklich, im Down-Bee-Menü kannst du alles finden, sogar eine Heilung hier, wenn man vom Teufel spricht. Das Problem ist halt, wie soll ich die effektiv einsetzen? Ich kann im Endeffekt nur alles in Ruhe durchlesen, wenn mein Gegner weg ist, also offstage. Aber dann treffen viele Sachen davon halt auch gar nicht. Das heißt, die sind halt komplett useless. Und im Kampf habe ich nicht so wirklich die Möglichkeit, mir vier Spells durchzulesen, den richtigen Spell zu havern, weil es halt nicht mal eine Schnellauswahl gibt, sondern halt einfach nur mit hoch-runter das Ganze gemacht wird. Und dann den richtigen Spell auswählen. Ja, das funktioniert halt einfach noch nicht so ganz. Von daher vermute ich fast, dass es da eine kleine Änderung noch geben wird. Er hatte noch Poing-Aktiv. Das habe ich nicht gesehen. Ich dachte, das wäre mittlerweile ausgelaufen. Boing, reflektiert alle Projektile. Magie-Explosion! Das ist halt der Punkt. Ja, ich habe halt einfach mal random den Spell eingesetzt. Und es war einfach Glück, dass was Gutes dabei war. Ja, und das ist halt mein Problem mit dem Down-B. Ich bin sehr gespannt, was die Pro-Player in den nächsten Tagen damit machen, weil die sind natürlich einfach besser als ich. Vielleicht verstehen die irgendwas, was ich noch nicht so ganz verstehe. Aber ich sehe da ehrlich gesagt Nintendo ein bisschen im Zugzwang, da nochmal irgendwas zu überarbeiten. Dass man zum Beispiel einfach die gleichen Spells behält, bis man eine bestimmte Taste drückt, die das Ganze resetet. Weißt du, dass ich mir die durchlesen kann und dann weiß, okay, ich habe die vier Spells zur Verfügung. Und wenn ich einen davon will, kann ich den halt gezielt einsetzen. Weil so im Moment ist es halt einfach nur im Kampf, kann sich das niemand so schnell durchlesen und überlegen, was davon ich will. Das kann mir keiner erzählen. Warum spielen wir eigentlich auf so einer Kackstage? Nice Prank. Aber ansonsten ist der Charakter ultra geil. Und was ich halt auch nicht so unbedingt geil finde, ist die letzte Mechanik, die ich noch nicht erklärt habe. Und das ist der Kritt. Wir haben es vorhin schon gesehen, ich blende es nochmal ein. Smash-Attacks des Helden haben eine Chance zu kritten. Random. In einem Competitive Game wie Smash Bros. Ist sowas nicht so geil, finde ich. Natürlich kann man sagen, okay, Items sind auch random, aber Items kann ich ausschalten. Den Kritt vom Helden kann ich nicht ausschalten. Also, nee, das funktioniert nicht. Dementsprechend fragwürdige Geschichte, ob das so geil ist. Ich will auf dieser Stage nicht spielen. Aber auch ohne den Daumen macht der Charakter meines Erachtens super Spaß. Ich mag seine Aerials. Ich mag die Specials. Vor allem, wenn man halt diese Abwechslung hat, mache ich jetzt einen halb aufgeladenen, einen ganz aufgeladenen. Oder doch lieber nur den Standardspell. Es gibt dem Charakter extrem viel Abwechslung, extrem viele Möglichkeiten. Man kann sein Game-Spiel komplett changen zwischendurch. Von Long-Range auf Short-Range, etc. Sehr, sehr cool. Der hat aber wohl keinen Bock. Was, der hat es geschafft, das aufzuladen? Wow, wie ich einfach in die falsche Richtung getildet habe. Der hat die Multi-Beschleunigung geholt. Er ist schneller als wir. Damit doch glatt mein Leben gekostet. Ich habe hier irgendwas cooles. Energieschuh. Ist ein Buff. Mein Gott, ich darf mich doch nicht von so einem Lappen fertig machen lassen. Danke. Plan, wir kriegen den einfach weg. Das ist immer der Plan. Okay, was haben wir denn hier? Kamikatsu! Er hat es geschildet? Das kann man einfach shielden? Och nee, ich dachte, das macht dann irgendwie Shield-Break oder so. Ich meine, klar, es wäre dann vielleicht ein bisschen OP, aber das ist jetzt ziemlich, ziemlich traurig. Dass er das einfach schilden konnte. Ja, tschüss. Was ich halt wirklich gar nicht mag an diesem Charakter ist ganz einfach der Name. Habe ich das gerade abgebrochen? Interessant. Weil Held ist halt einfach ein Scheiß-Name. War das ein Crit? Ich glaube, das war einfach ein Crit. Da merkt man vielleicht, warum diese Crits so fragwürdig sind. Weil die sind halt ultra starr. Junge, der spammt einfach Daumbi. Multi-Beschleunigung. Was machst du jetzt, hä? Ich bin viel schneller bei dir, als du denkst. Boom! Ich glaube, auch meine Sprünge werden dadurch gewoostet. Fuck, mein Grabs ist nicht schnell genug rausgekommen. Die Recovery ist halt einfach... Yikes. Ich habe angefangen zu schilden und habe den Schild dann einfach fallen gelassen. Sehr gut, ne? Vor allem ohne die Schnellauswahl weiß ich ja jetzt gehen halt auch immer, was jetzt... Oh, das ist ein Schildcrack. Wenn ich jetzt critter, fass ich mein Leben. Danke. Der Crit hat mich dann nämlich einfach gekillt. Brutzel! Haki! Hm. Multi-Beschleunigung. Hui! Er hat Teleportation eingesetzt. Oh, nach der Teleportation kann ich immer noch agieren. Ich dachte, das wäre Special Fall dann. Okay, das haben wir jetzt hier. Wupp, Magie-Ex... Magie-Explosion! Das ist so ein kranker Spell einfach. Peng! Oh, er critter mich weg. Nice. Ich weiß nicht, die Crits sind halt wirklich so eine Geschichte, Mann. Ich weiß wirklich nicht, ob ich die mag. Natürlich, wenn man selbst einen Krieg kriegt, ist es lustig. Aber wenn der Gegner ihn kriegt, ist es halt einfach ultra ätzend. Von daher bin ich mir da echt nicht so sicher, ob ich das mag. Wow, echt jetzt der Kreisungshieb. Wurde, ist er nicht getroffen? Äh, Flam... Ah, nee, es ist gar nicht das, was ich wollte. Ah, jetzt hat er hier seinen Projektil-Counter. Heil mich! Er ist einfach so ein Troll-Spell, der Downpie. Oh, wow, als ob er das jetzt gecancelt hat. Der Charakter ist halt sehr viel, was Erfahrung angeht. Ja, der muss die ganzen... Die tausend Spells kennen. Und, äh, die Ranges von ihnen. Und so weiter und so fort. Yikes, war das ein Crit? Das ist halt die Sache. Wenn das ein Crit war, einfach absolut unverdient. Normal Smash-Header, wobei... Ich weiß nicht, ob er einen normalen Smash-Header getankt hätte. 80% an der Kante mit Rage. Auf jeden Fall war's das für heute mit dem Helden. Wenn ihr ihn habt, wenn ihr überlegt, ihn euch zu holen, probiert ihn auf jeden Fall aus. Egal, ob er mit dem Down-B-Menü klarkommt oder nicht, so wie ich. Er macht richtig Spaß. Er hat ein richtig geiles Air-Game, finde ich. Er macht einfach Spaß. Ja, vor allem die Specials, dass man immer drei verschiedene Varianten hat, von der Range her, mit Aufladen oder Nicht-Aufladen. Gibt super, will Abwechslung rein. Macht richtig Spaß. Die Recovery ist super. Er ist nicht zu langsam oder träge. Er macht ordentlich Schaden. Er macht ordentlich Knockback. Auf jeden Fall ein super Charakter.